Hey, ich bin Eddie von Audiowerk. Ich würde euch gerne was zu dem Irkamm-Zeug sagen und in dem Fall Tracks, wo man wunderbar schöne, teilweise sehr authentische, manchmal auch sehr artifizielle Veränderungen an zum Beispiel Gesang vornehmen kann. Hier haben wir zum Beispiel diese nette Sängerin. Und dann kann ich hier einfach dieses Teil von Young Moments Schalz her in den Schalz. Man hört also fast keine Artefakte. Original. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy.